Ich bin ein alter Kellner, den niemand mehr braucht. Darum stehe ich hier allein. Aber ich habe viele Freunde in der Nähe, einen alten Herd, alte Häuser, mit alten Treppen und Fenstern. Es gibt auch schöne alte Häuser, die so vieles erzählen könnten. Mein bester Freund ist aber ein Schiff, das vieles erlebt hat. Jetzt betrachtet es ruhig das schöne blaue Meer und die jüngeren Schiffe am Ufer. Der hohe Leuchtturm am Ufer zwinkert jeden Abend und sorgt noch immer für die kommenden Schiffe. Ich höre die Leute baden, freue mich an der schönen Natur. An dem Schatten der Bäume, an der Sonne, höre den Wind wehen und ich warte auf neue Freunde. Alles klar. Danke. Ich bereue liter. Untertitelung des ZDF, 2020